Was sagen meine Stocks so über Seeds? Ein Tree-Acon. Mehr haben wir da wirklich nicht. Ich hätte schwirken können, wir hätten mehrere Tree-Acons schon rausgeholt. Ja, hier sind jetzt nur noch Wunden Planks, Smooth Wunden Planks drin. Jetzt sollte er dann die andere, genau, Kotwarf Tree-Trunk, genau das machen. Was macht er jetzt? Construct Rug Coffin. Wie viele haben wir davon jetzt schon? Mehr als genug. Okay, Barrier Acceptable. Also ja, Barrier Acceptable sind Gräber. Platzieren wir die einfach mal wieder hier. Das wäre die restlichen Halluzinationen. Weil die werden dann ergeblich irgendwann, wenn sie zu lange nicht beerdigt worden sind, aggressiv und töten unseren Hermit. Was nicht so gut wäre, weil dann wäre Spiel aus. Und da es nirgendwo genau beschrieben ist, wie lange es dauert, bis sie sterben. Und wir haben genug Quark Coffins, sehr schön. Und hier sieht es fast so aus, als ob nur noch die, ja, die Waffensachen drin sind. Sehr gut. Ja, die ist ja gebaut eher. Muss gerade mal gucken. Ammunition, Uniforms, äh, Schedule. Wir sind gerade im zweiten Monat des Jahres. Hier kann man nämlich sehr schön sehen, in welchem Monat man ist. Also das sind die Monate, die ein Jahr hat. Granite, Slate. Ist hauptsächlich, also das sind die eigentlich die Monate in Zwergen-Namen. Also das wäre wahrscheinlich Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Zwölf Monate also. Und wir sind jetzt im zweiten Monat. Das Sandial müsste also dafür sorgen, dass die Zeit langsamer vergeht. Hm. Ich mache nochmal einen Stockpile für Refuse. Hier hinten, weil wir liegen langsam durch die Katze zu viele Ungeziefer hier in meinem Lager herum. So, Corpses werden hier, obwohl nur Refuse, aber auch nur. Corpses. Äh. Werden hier gelagert. Die ganzen Sachen nicht. Body Parts also. Body Parts. Hm. Animated. Wiederbelebte Sachen. Okay. Fresh Warheit. Okay. Das müsste alles dann dahin gebracht werden, hoffe ich mal. Wichtig ist erstmal, dass die Coffins gebaut werden. Wie weit sind wir da? Machen wir mal aus den beiden und gucken mal, was passiert. Ah, da wird niemand reingelegt, komischerweise. Ah, da wird niemand reingelegt, komischerweise. Können wir mal zu ihm hin zoomen. Ah ja. Gut, ich gebe ihm jetzt mal einen Auftrag. Also ich mache ihn mal aktiv. Sag ich jetzt mal, dass er hier hinmoven soll. Achso, die muss ich natürlich auch auf aktiv setzen. So. Jetzt schläft er gerade. Weil von hier sind meine Migranten gekommen. Und ich schaue mal, ob sie sich jetzt da versteckt haben. Äh, was macht er gerade? Soldier. Unreachable location. Squad. Move. Squad A. Na gut, dann move einfach mal hier hin. Okay, das macht er. Ist er überhaupt bewaffnet? Inventory. Bronze Buckler, Bronze, Quiver. Ja, er hat einen Quiver. Nur ist der leider leer. Das heißt. Ja, alle Arrows sind noch da drin. Okay. Squad A. Move. Mal nach hier. So, da ist der tote Hawk. Move mal weiter in die Richtung. Okay. Dann bist du jetzt nicht mehr aktiv. Genau. Schedule inaktiv. Und. Cancel Station. Ich hoffe, er hat jetzt nicht alles. da hingeschmissen. Doch, hat er. Sogar sein Essen und alles, was er dabei hatte. Liegt jetzt da rum. Äh, ganz toll. Was liegt da? Cotton Fiber Quiver. So, wurde hier mittlerweile jemand beerdigt? Bauen wir trotzdem mal alle hier auf, die ich habe. So. Das müssten jetzt alle zehn gewesen sein. Weil sieben passen hier oben hin. Einer passt hier hin und zwei da. Macht acht, macht sieben, macht zehn. Toll, jetzt liegt sein ganzes Equipment da hinten rum. Äh, das war ein Epic Fave von mir. Äh, das war ein Epic Fave von mir. Langsam. Okay, wir haben zwei Farmen. Auf einer gebe ich schon mal, ähm, Strawberries in Auftrag. Strawberries. Gibt es die auch im Sommer noch? Ja, Strawberries. Und im Herbst gibt es auch noch Strawberries, aber im Winter wahrscheinlich nicht mehr. Da wachsen nur noch Bäume. Gut. Okay. Ah, er holt gerade sein Zeug und lagert es wieder ein. Und ich würde gerne wissen, wie ich hier... Ah. Klar, da muss ich, glaube ich, in die Orders gehen. Set Orders, genau. Hermit getter Bodies, getter Furniture. Hermit all Harvest. Und now some Sub Furniture. Getter Bodies. Refuse, genau hier. Hermit getter... Aber ignoriert keine Vermins, genau. So, was macht er jetzt? Er baut ein Gebäude. Achso, er baut einen Sarg. Ich gehe mal kurz in seine Thufs. View Creature. Relationships, Customized, Thufs and Preferences. Here is the Prince of Subbind, this is 290 years old and is one of the only ones of his kind. Aha. also ja er ist wirklich abgehärtet und ist zufrieden mit seiner arbeit okay also er ist eigentlich ganz glücklich und zufrieden so machen wir jetzt aber aus allen turms nur noch mal auf nummer sicher zu gehen oder muss ich für die entgraven das wäre natürlich auch blöd also das können wir auch ganz leicht schicken dafür muss ich hier nur beim nicht beim wood ofen beim mason eine slab bauen genau eine rock slab und die wird wo noch mal engraved im kraftsdorfs workshop soweit ich weiß gehen wir mal hier in meiner befehlung machen den raum noch auch in die richtung etwas größer so hier ist zur wand 1 frei 1 2 3 und dann noch mal ja sehr schön weiss labs in graven können wir hier nicht network slap können wir hierher stehen dafür brauchen wir kraftsdorfs workshop sehr gut das wäre nämlich ziemlich blöd wenn wir die anderen nicht begraben können weil sie alle missing sind und wir ihre leichten niemals finden können und wir haben wieder kackapus gut das heißt wir gehen mal wieder nee nicht bei dir bei dir hier gehen wir mal wieder einmal kommunizieren mit der natur und dann versuchen wir mal einen vogel zu rufen wenn wir über 500 sein sollten mein ganzes equipment liegt immer noch da hinten rum oder das war ein epic fail von mir aber wer dessen gucke ich mal kurz f ammunition am es nie am 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 Vielen Dank.